Hallo meine Freunde, ja nur ganz kurz und ganz schnell mal vorab, ich will euch gar nicht lange belästigen jetzt hier, bevor das Video richtig losgeht, will nur ein paar Sachen nochmal sagen, ja wie ich jetzt vor einer guten Stunde oder so im Community-Feed auf meinem YouTube-Kanal den Beitrag erstellt habe, dass ich jetzt gerade das Video schneide, das habe ich jetzt durch. Normalerweise will ich ja immer ein bisschen Musik hinterpacken, das werde ich jetzt bei dem Video, wie ihr dann sicherlich sehen werdet, natürlich nicht machen, rein wegen der Atmosphäre und so und weil da ja auch die Leute dann reden und Musik ist ja im Ingame drin und ja, soviel dazu. Geschweige denn wollte ich noch dazu sagen, das Video habe ich jetzt auf jeden Fall schon vor einer ganzen Weile aufgenommen, das ist jetzt wirklich schon ein paar Wochen alt, ist natürlich halt wieder diese Thematik mit mehreren Projekten starten und aufnehmen und dann erst nach ein paar Wochen hochladen und so. Also ich will das dann auch jetzt in der Zeit erstmal noch ein bisschen ändern, dass ich wirklich aktuellere Sachen hochlade. Ja, aber dass das jetzt, sag ich mal, dann weg ist, dass ihr das dann jetzt zu sehen bekommt, der Gilde 3 muss ich sagen oder die Gilde 3 muss ich sagen, ich will das auf jeden Fall irgendwann zu einer Videoreihe bringen, so wie viele Sachen auch, ne, ganz klar, aber das unter anderem, das Spiel hat mir so von dem ersten Einblick her gut gefallen, ich habe es seitdem tatsächlich auch nicht mehr gespielt, ähm, bevor ich noch zur nächsten komme, ich kann euch ja immer hier zeigen, ähm, ich hatte, glaube ich, in dem Infovideo hatte ich ja erwähnt, was wir alles machen wollen, aber das werde ich jetzt einfach nochmal erwähnen. Jetzt habe ich hier zwei weitere Projekte, die ich jetzt, äh, heute tatsächlich, also Once Human werde ich, äh, heute noch aufnehmen und Steel Division 2, ähm, ja, muss ich gucken, werde ich bestimmt auch was zu aufnehmen, aber das ist auch eher privat, aber da habe ich mir überlegt, da könnte man vielleicht auch was machen. Ja, dann haben wir ja noch die Karriere im FC 24, äh, Bannerlord haben wir, Gilde 3, wie gesagt, irgendwann dann mal, ähm, Norland, also wir haben vieles, vor, oder ich habe vieles vor, ich habe gesagt, und da werde ich auch beibleiben, dass wir natürlich erstmal die zwei Hauptelemente, die wir jetzt auf dem Kanal haben, natürlich mehr oder weniger vervollständigen erstmal, das heißt, die FC der Köln Manager Karriere und, äh, Bannerlord, dass wir die beiden Sachen definitiv erstmal abhaken, ähm, hier und da wird trotzdem mal auch ein anderes Video kommen, wie ich halt auch lustig bin, ne, ich will ja jetzt hier nichts auf Kampf machen, aber nur das nochmal vorab, und dann einfach nur nochmal jetzt zum Schluss, ähm, bevor, wie gesagt, das Video hier losgeht, will ich mich nochmal bedanken, wir haben wieder ein paar Abonnenten dazu gekriegt, ähm, es, ja, geht gerade echt gut voran, und das freut mich riesig, ähm, ja, ihr werdet es ja sehen, aber einfach nochmal hier zur, äh, Darstellung, alleine auf das Video, was ich jetzt vor einem Tag, wirklich vor 23 Stunden, wie ihr sehen könnt, hochgeladen habe, haben wir jetzt schon 167 Aufrufe, äh, freut mich total, auch diesmal haben sogar welche kommentiert, ähm, Allgemein auch hier bei dem Community Feed, da wird jetzt auch schon ein bisschen was runtergeschrieben, da will ich mich einfach mal, äh, an die Leute, die hier schreiben und mir wirklich ein bisschen Feedback geben, will ich mich wirklich bedanken für, allgemein für alle, die Videos gucken, liken und was auch immer, also, finde ich echt cool, hier bei dem Video bin ich ja immer noch baff, ja, das geht auch noch weiter hoch, ähm, das hat da so einen brutalen Anstieg, ich weiß gar nicht, woher das kam, und, äh, das wächst halt auch immer weiter von den Aufrufen her, also, finde ich echt cool, ähm, ja, also, finde ich cool zu sehen, dass, dass auf jeden Fall, äh, Plattform findet, nach und nach, mit der Zeit, und, ja, in der Hoffnung natürlich halt, wie gesagt, dass die Videos auch gefallen finden, ähm, ja, soviel zu mir, oder zu dem, was ich jetzt auch sagen wollte, ich will euch jetzt nicht weiter aufhalten, habt viel Spaß mit dem Video, haut rein! So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, ähm, ja, wie ihr schon unschwer erkennen könnt, jetzt diesmal was Neues, äh, hatte ja schon mehr oder weniger angekündigt, ähm, Stand jetzt habe ich natürlich noch nicht die Karriere, oder haben wir noch nicht die Karriere beendet und so, aber ich hatte jetzt einfach auch mal Lust, schon mal was Neues anzufangen, ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß jetzt noch nicht, wo ich das einreihe, ob das jetzt erstmal nur so ein Testvideo wird, also in dem, in der Playlist wir testen zum Beispiel, oder, ähm, ob wir das jetzt gleich als neue, äh, Serie, sag ich mal, anfangen, auf jeden Fall handelt es sich, äh, um das Spiel Die Gilde 3, wie gesagt, ich habe ja schon angekündigt, was für Spiele ich noch auf dem Schirm habe, die ich gerne spielen möchte, äh, Die Gilde 3 ist eins davon, und, genau, ich würde auch nicht lange quatschen, ähm, wenn man das Spiel startet, kriegt man da so eine schöne Videosequenz, die jetzt nicht viel, also die jetzt nicht viel aussagt, ähm, ja, auf jeden Fall gehen wir da jetzt einfach mal rein, würde ich sagen, man sieht schon im Hintergrund, ähm, das ist schon deutlich größer, ich glaube, man startet erstmal ziemlich klein, so wie eigentlich in jedem Spiel, ne, logisch, ich habe mir noch nicht viel, das ist jetzt auch schon mal interessant, ich habe mir noch nicht viel dazu angeguckt, also geschweige denn irgendwie so videotechnisch, oder so habe ich mir davon noch gar nichts angeguckt, nur halt, was auf Steam zu sehen ist, ähm, aber da hat es mich halt schon sehr angesprochen, und ich mag so eine Spiele, und deswegen gucken wir erstmal, ich sehe schon hier gleich ein bescheidener Anfang, in Klammern Tutorial, wir gehen jetzt einfach mal alles ganz in Ruhe durch, würde ich sagen, gucken mal, was gibt es hier so schönes, Hamburg, Köln, leider kein Berlin oder so, aber gut, äh, genau, also hier ein bescheidener Anfang, das kleine Städtchen, wenig Husen, okay, liegt nicht weit von eurem Heimatdorf entfernt, ihr selbst wart noch nie dort, weil euch die Pflichten im elterlichen Haushalt und Geschäft davon abhielten, aber euer Vater war wohl ein paar Mal dort, und er hat euch viel über die feinen Bürger erzählt, die dort, äh, die dort leben, eines Tages wollt ihr euch die Stadt selbst ansehen, und vielleicht sogar einen eigenen Betrieb, innerhalb der Stadtmauern, euer eigenen, hier kann man dann noch nichts auswählen, scheinbar, Jahre pro Runde, zwei Jahre, okay, was heißt das, mit dieser, wir fangen mal von oben an, wählt die Anzahl der anderen Dynastien, gegen die ihr spielen möchtet, Schwierigkeitsgrad, der Schwierigkeitsgrad wirkt sich auf eure Stadtvoraussetzungen, in Klammern Geld, Einfluss, erst Rohstoffe im Lagermenge, der Erfahrungspunkte bis zum Titel Bürger, sowie, äh, auf die Geschwindigkeit aus, mit der sich die KI-Gegner entwickeln, mit dieser Option legt ihr fest, wie, wie viele Jahre vergehen, wenn eine Runde zu Ende ist, okay, rundenbasiert, dies wirkt sich hauptsächlich darauf aus, wie schnell die Charaktere im Spiel altern, und wie schnell eure Kinder in ein Alter erreichen, in dem ihr sie steuern könnt, Spielmodus, hier, hiermit könnt ihr auswählen, wie weit entwickelt eure Dynastie zu Spielbeginn sein soll, Familienkampagne, werdet Landesherr, hier könnt ihr eine Familienkampagne auswählen, die Standardkampagne ist gewonnen, sobald ihr eine volle Runde lang Landesherr gewesen seid, ihr könnt auch frei Spiel wählen, wenn ihr ohne Gewinnbedingungen spielen wollt, das wäre wahrscheinlich eher der Fall, dann lesen wir, ne, das haben wir ja gerade gelesen, das ist halt dann das reine Story, ist wahrscheinlich erstmal nicht erkehrt, ne, die Stadt Magdeburg liegt am Ufer des Flusses Elbe, im Norden des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, hier ist der Boden fruchtbar, jedoch dehnt sich im Norden und Süden eine Moorlandschaft aus, Magdeburg stellt einen wichtigen Handelsknotenpunkt dar, die Handelsstraße nach Lüneburg verbindet Magdeburg mit der Hansa, die, wo ist das hier, die Handelsstraße nach Braunschweig und Berlin verbindet sie mit dem Ost-West-Handel, während am Binnenhafen mit Waren aus Hamburg und Wittenberg gehandelt wird, hier steht was von Berlin, aber Berlin ist ja hier leider gar nicht drin, oder? Wo habe ich das jetzt? Nö. Hm. Okay, und dann ändert sich hier das auch so ein bisschen hier, maximal 18 Dynastien, das ist viel, ne? Das kann man, nee, man kann das dann nur bis zu einem bestimmten Grad hier auswählen, schwer unmöglich, armer Schlucker, als armer Schlucker startet ihr mit nur wenigen Talern und mit dem, und dem untersten Titel in einem Dorf, ihr müsst hart arbeiten, um Taler zu verdienen und irgendwann den Bürgertitel zu erlangen, mit welchem ihr dann in die Stadt einziehen könnt. Karriere, in diesem Spielmodus startet ihr mit dem Bürgertitel und ihr bewohnt ein Haus in der Stadt. Außerdem habt ihr einen Beruf gelernt und ihr verfügt über genügend Taler, um euch von Anfang an einen Betrieb in der Stadt zu kaufen oder zu errichten. Gründet eine mächtige Dynastie, Stadt Luft macht frei, beherrscht die Stadt, Fernhändler, Kriegstreiber. Ja, ich würde da, zum Beispiel habt ihr kein vorgegebenes Ziel, seid freie in euren Entscheidungen, ihr könnt das Spiel so spielen, wie ihr es wollt. Das wäre, glaube ich, eher, also muss man sich alles angucken. Könnte auch sein, dass da ein paar andere Sachen auch cool sind. Wir gehen, also, weil ich keine Ahnung habe, natürlich machen wir jetzt einfach mal einen bescheidenen Anfang und spielen das Tutorial. So, man kann hier trotzdem schon mal irgendwie einen Wappen auswählen. Die Wappen finde ich mal gar nicht so schlecht eigentlich, was ich bis jetzt so sehe. Es gibt viele Wappen. Da ist eine Katze. Ich fand das ganz cool, oder ich würde hier, ich denke, das ist ein Steinbock, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, Corwin Awesome. Okay. So. Da haben wir die Charakteranpassung, da kommen wir gleich hin. Jetzt haben wir noch hier Religionen. Einmal protestantische Christen, Katholiken und säkulare Christen. Katholiken glauben an die Jahrhunderte alten Tradition der heiligen Mutterkirche mit dem Papst als ihrem höchsten Priester und Hirten. Bitte beachtet, die Erfolgschance einer einiger Maßnahmen ist geringer, wenn ihr mit einem Charakter oder einer Familie mit einer anderen Konfession interagiert. Andererseits ist die Aufmerksamkeit, ich hoffe, das ist übrigens alles nicht laut, ich habe schon leiser gestellt, mir war das sehr laut am Anfang. Andererseits ist die Aufmerksamkeit von Stadtwachen und Landesknechten höher, wenn es darum geht, Verbrecher mit einer anderen Konfession zu entdecken. Alle Stadtwachen haben die Konfession des Landesherrn und Landesknechte haben die Konfession ihres Arbeitgebers. Teilweise muss ich sagen, ist das für mich jetzt gerade ein bisschen Bahnhof. Glauben an Gott, folgen aber einem weltlicheren Glaubensweg. Sie versuchen sich nicht in die Konflikte zwischen Katholiken und Protestanten einzumischen. Protestantische Christen folgen den Lehren der evangelischen Reformer, die den Reichtum und den käuflichen Sünden Erlass kritisieren. Sie verweigern dem Papst ihre Treue. Ich weiß, ich glaube dann Katholiken oder die säkularen Christen. Lassen wir einfach so, wie es war. Gut, der Grobhandwerker kann einfachste Handwerkerwaren herstellen und sich so einen kargen Lohn erarbeiten. Das kann ich nicht ändern, also ich kann hier rein gar nichts machen. Okay, also wir sind männlich, ja. Okay, wir sind ein bisschen leise gerade, aber egal. Körperbau. Ja, ja, schmächtig. kann man, man kann auch ranzoomen, okay, wird schon lang, drehen kann man auch. Ach, du scheiße. das sieht mir halt irgendwie so ein bisschen zu bedeckt aus. Die Frisur ist aber auch unter aller Sau, also, oh Gott. da würde ich irgendwie zu dem hier tendieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Sieht auch nicht ideal aus. Ich, ich nehme das hier. Ich finde, das sieht dann doch am coolsten aus, tatsächlich. Na, Farbe ändert sich jetzt gar nichts. Jetzt haben wir noch Attributspunkte. Kraft geschickt, das ist jetzt alles ausgeglichen. Charisma, beschreibt die Fähigkeit zur richtigen Anwendung von Mimiken und Gestiken wie auch die allgemeine Wirkung auf andere Personen. Charismatische Charaktere haben viele Vorteile in gesellschaftlichen Belangen. Die Wahrnehmensfähigkeit und die Interpretation von Sinneseindrücken werden mit dem Attribut Aufmerksamkeit beschrieben. Je höher der Wert ausfällt, desto besser nimmt der Charaktere seine Umgebung wahr und desto eher kann er Gefahren erahnen. Klugheit. Die Klugheit gibt Aufschluss darüber, wie gut Gedächtnis, Konzentrationsfähigkeit und Allgemeinwissen eines Charakters ausfallen. Schick beschreibt die Fingerfertigkeit, die körperliche Reaktionsfähigkeit und die grundsätzliche Körperbeherrschung eines Charakters. Kraft. Das Attribut Kraft beschreibt wie robust der Körperbau eines Charakters ausfällt, die höher die Kraft, desto stärker und ausdauernder ist der Charakter. Ja. Wenn man jetzt versucht, sich selber so ein bisschen zu beschreiben, also, ich nehme meine Umgebung eigentlich auch in der Regel relativ gut wahr und Gefahren, sag ich mal, wenn man Gefahr gespürt hat, eigentlich, ja, stand ich da nie wie so ein Dulli, sag ich mal auf gut Deutsch. Das hier ist so, ich denke, ich bin eigentlich ein sehr charismatischer Mensch, wenn man jetzt auf die Beschreibung hier das deutet, aber, weil hier geschrieben wird, charismatische Charaktere haben viele Vorteile in gesellschaftlichen Belangen, ich bin halt nicht so, also, ich bin eigentlich sehr sozial angehaut, das habe ich, glaube ich, gefühlt schon in drei Videos gesagt, aber ich bin halt eher so, trotzdem einer der Menschen und das Draußenleben meidet, mehr oder weniger, deswegen könnte man da wahrscheinlich ein bisschen was wegnehmen von. Ich sage euch so wie es ist, wir lassen es jetzt einfach so wie es ist, dann ist es halt einfach ausgeglichen und dann ist die Sache gut. Wenn euch jemand von Guntrams Breu anbietet, dann lauft, das ist besser für euch. Könnte man sich gegebenenfalls merken, das, was da gerade steht? Das sieht mir jetzt gerade so ein bisschen aus wie Sims. Willkommen zu... Oh nein, ich wollte ihn doch quatschen lassen. Ich Idiot. Ich wollte gerade eigentlich nur mal auf Einstellungen skippen, irgendwie. Ach, schade. Kann ich hier ganz kurz... Ich will die... Äh... Dialog-Lautstärke, die will ich mal hochschrauben. Ja, jetzt ist das auch weg. Gibt es hier irgendwie... Ach, du Scheiße. Also hier jetzt gerade komplette Überforderung. Ein Amt ist unbesetzt, ein Amt ist unbesetzt. Ihr habt neue Aufgaben erhalten. Neue Aufgabe, Buch der Stadt, Buch der Gilden, Buch der Dynastin. Eine, 116 Rahmenpunkte. Es ist ein hübsches Gedanzt, das ihr tragt. Ihr wisst euch zu klein. Äh, ja. Äh, ja. Okay, hier, da waren wir. Willkommen bei der Gilde 3. Mit diesem Tutorial wollen wir euch einen Einblick... in die Grundlegenden Elemente und in die... in die Steuerung des Spiels geben. Aufgaben. Gibt es ja eigentlich sowas wie... Ach ja, hier. So. Zeitlupe, Pause. Ähm, lassen wir mal kurz Zeitlupe. Ich will jetzt nicht, dass hier so viel Zeit vergeht. Ähm, die Elemente und in die Steuerung des Spiels geben Aufgaben. Das Tutorial besteht aus aufeinander folgenden Aufgaben. Jede Aufgabe wird neue Informationen für euch bereithalten. Tutorialmenü. Keine Sorge, wenn ihr eine Erklärung oder eine Information noch einmal sehen wollt, könnt ihr jederzeit das Tutorialmenü aufrufen und sie dort erneut einsehen, indem ihr auf das Fragezeichen-Symbol klickt. Genau. Wenn ihr im Laufe des Spiels einmal Hilfe benötigt, könnt ihr dieses Menü aufrufen. Hier findet ihr viele nützliche... Hier findet ihr viele nützliche Informationen, euch die Spielmechaniken zu erklären. Die euch... Was? Hier findet ihr viele nützliche Informationen, euch die Spielmechaniken... Okay, ein bisschen blöder Satz, aber gut. Community. Die Gildespiele haben eine unglaublich hilfsbereite Community. Wenn euch das Tutorial bestimmte Fragen nicht beantworten kann, dann lohnt sich ein Blick auf unsere Website oder in die Foren. Okay, und hier sieht man nochmal so ein bisschen Discord und sowas alles. Okay. Gilden. Mitglied in einer Gilde zu sein, kann für eure Dynastie sehr vorteilhaft sein. Beim Öffnen des Buches der Gilden... Das. Nummer 2 und rechts Informationen zur ausgewählten Gilde. Nummer 3... Achso, Oh, das meinen die damit, okay. In den Details Nummer 4 seht ihr die allgemeine Beschreibung der Gilde, die Gesinnung der Gilde und die Vorteile einer Mitgliedschaft. Wenn ihr auf die Schaltwilche Mitglieder Nummer 5 klickt, werden alle aktuellen Gildenmitglieder angezeigt. Alter, so viel zu lesen, ey. Zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt im Spiel wird eure Dynastie so erfolgreich und mächtig sein, dass die Chance besteht, eine Einladung von einer Gilde zu erhalten, die ihr im Buch der Gilden annehmen oder ablehnen könnt. Eure Gesinnung, die Art und Weise, wie ihr euch im Spiel verhaltet, ist dann von Bedeutung. Wenn eure Gesinnung mit der Gesinnung einer Gilde übereinstimmt, werden die Mitglieder daran interessiert sein, euch in ihre Reihen aufzunehmen. Nummer 4, ihr könnt immer nur Mitglied in einer Gilde sein. Okay, aber Gilde ist jetzt so gesehen unabhängig von meiner Dynastie, also von meinem von meinem Dingens hier, von meiner Familie, sagen wir euch mal. Gesinnung, die Maßnahme, die ihr ausführt, bestimmten, achso, bestimmen die Gesinnung eurer Dynastie. Ihr könnt eure aktuelle Gesinnung sehen, indem ihr euch Informationen über eure Dynastie anseht. Zudem könnt ihr im Tooltip-Fenster der einzelnen Maßnahmen sehen, wie diese Gesinnung eurer Dynastie beeinflussen. Habe ich ja so ein bisschen, die Übersetzung kackt hier ein bisschen rein, habe ich das Gefühl, ne? Oder ich bin einfach nur blöd. Jede Handlung kann eure Gesinnung bis zu einem bestimmten Punkt ändern. Vorteile, wenn ihr Mitglied in einer Gilde geworden seid, dann erhaltet ihr Zugriff auf gildenspezifische Maßnahmen und ihr erhaltet außerdem bestimmte Attributsverbesserungen. Verlassen einer Gilde. Ihr könnt eine Gilde freiwillig verlassen oder aber hinausgewerfen werden, wenn sich die Gesinnung eurer Dynastie zu stark von der Gesinnung der Gilde entfernt. Okay. Was ist mir hier? Also ich mag Tutorial sowieso nicht, aber wenn ich dann so viel zu lesen habe, da kriege ich wirklich ein bisschen da mag ich dieses dynamische Erklären, so weißt du, du kommst ins Spiel rein und du da wird gleich ein Konfenster aufgeploppt, so komm, mach das und das und mach das so und so und so das ist halt ein wie zum Füttern, aber hier musst du ja dir selber alles erlesen und das fühle ich gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Forschung und Weisheit, Rechtschaffenheit und gemein. Sehe ich denn jetzt aber jetzt wird mir wieder was Neues angezeigt. Dynastie Heineke Erwachsener, okay, das ist die Dynastie so gesehen. Erben aber das ist mir zu viel um alles zu lesen. Ich werde da ein bisschen jetzt drauf verzichten und einfach gucken, ob ich irgendwie per selber spielen hier ein bisschen was rausfinde. Man muss ja hier alles ne, ich wollte schon sagen. Wenig Husen, Bürgermeister. Ist das Oberhaupt der Stadt? Okay, man kann sich hier, ich weiß nicht, ob man mit zurückziehen, ob man darauf bewerben kann, dass er sich zurückzieht, aber auf jeden Fall kann man sich hier dafür dann bewerben. Ah, hier, das ist ja ein eigenes Fenster, okay. legal Musik machen, okay, hier geht's dann illegal umbringen, jemanden aus dem Weg räumen, Brunnen vergiften, entfüllen, Gebäude sabotieren, Knochen brechen, Bombe, Gebäude erobern, Schutzgeld erpressen, Stinkbombe, Profil, ey. Was ist hier legal alles? Musik machen ist legal, ein Würfelspiel spielen, Amtsträger bestechen, Gift der Schwarzen Witwe ist legal, die Mühen der Bürokratie schmieren, umschmuggeln, Beschwörungen, ein Pamplet schreiben, Lähmungsgift, Zeche aufhetzen, Gebäude auskundschaften, Kontrabande, Gräber plündern, Krötenschleim und Waren schmuggeln. Okay. Ah, hier ist der Landesherr. Der Landesherr ist ein Stadträten übergeordnet, er ist einzig dem Monarchen, der des Reiches gegenüber verpflichtet. Gesetze in eurem Leben und Privilegium statt Gesetze. Okay. Dummdi-Dumm. Lalalala. Lalalala. Hier ist er einfach, ach, warte mal. Ups, Sonderfall. Ach, der will sich dafür bewerben, oder was? Nee. Achso, Anena. Der hat, ah, okay. Gut. Man muss hier natürlich auch lesen, ne? Das sind seine Bewohner und über ihm steht nur der Monarch des Reiches. auf Lebenszeit einsetzt. Amtszeit unbegrenzt lebenslang. Freiherr Amtskümmer. Okay, das ist echt fucking viel. Das hier sind die Dynastien, die so gesehen hier in diesem Dorf, in diesem Land sind, vertreten sind. Dynastie Unterholzer, Erwachsene, Einer, Kinder, Neu, okay. Familien Oberhaupt, ich wünsche männlich und wahrscheinlich 18 Jahre alt, oder so. Stand der Familie, Stufe. Stand der Familie, okay. das wird mir nicht angezogen. Kevin Heiner, 18. Was heißt 18? Die haben alle 18. Zwei weibliche und drei männliche, okay. Ja, wenn ich jetzt sehe hier, warte mal, Buch der Dynastien und wenn ich hier, ne, das war was anderes. Talentbuch, Kassenbuch, Familie, Stammbaum. Das war ja das gleiche wie hier, ja, okay. Ich probiere jetzt hier selber einfach rum. Hier oben kriegen wir scheinbar so Nachrichten, so wie das hier, kein Erbe, wenn ihr Kinder habt, dann könnt ihr eines davon zu eurem Erben machen, öffnet dazu euren Stammbaum. Ich habe keine Kinder. Ohne Tätigkeit. Das ist kein Erwachsen von mir. Okay. Nachrichtenverlauf, Nachrichtenfilter. Sitzt herum, der Charakter in Beschreibung. Oh. Ich dachte, ja, das wäre nur so ein kleines Dorf, aber das ist voll riesig. Okay, und ich habe jetzt, wenn ich auf mich gehe, habe ich hier voll für sich unfreier, ohne Tätigkeit, Tätigkeit abbrechen, vor dem er sich befindet, nach Hause schicken, Kamera fokussieren, dringliche Bedürfnisse, Hä? Hä? schutz verfemmt und heimlich romanzen und liebschaften dynastie betriebe diplomatien jemanden grüßen okay ja hier sind wir das ist ja gut riesig ist es jetzt nicht hier ist es irgendwie aber wir sind halt ja bauern außerhalb des außerhalb der bogen außerhalb der mauern wir dürfen hier halt nicht drin sein kann man drehen ja kann man frage kann ich auch hin und her schieben das hier ist unsere hütte ausreichend trocken mehr gibt es da nicht zu sagen öffnet das menü produktionsmenü oder handelsmenü des ausgewählten gebäudes okay gebäude verlassen platz nehmen gebäude menü das ist ja wild kassenbuch ich kann das kassenbuch nicht öffnen okay talentbuch platz nehmen schlafen gehen ah mit rechts klick mache ich das dann auf das ist so gesehen was ist das gebäude menü produktion lager das ist unser lager wir haben jetzt 20 tücher 20 steinlinien 20 majasmin 20 wildrosen und 20 wassereimer erweiterung info gehör der wert desto schneller die produktion ich bin voll überfordert also hier gibt es ja fucking viel was man jetzt schon machen kann und ich habe jetzt schon sicherlich noch nicht mal alles irgendwie okay ich muss dann scheinbar hier ich müsste einen charakter in diesem gebäude ausgewählt haben um das gebäude verlassen zu können ohne fleiß kein preis hätte ich jetzt auch einfach ne ich hätte jetzt nicht einfach hier so ihr wünscht mich zu sprechen feuert eines eurer familienmitglieder als arbeiter an angestellte entlassen gebäude abreißen es ist ja umgebungskarte ne bitte stoff hersteller öffentliche gebäude betriebe wohnhäuser andere gebäude dynastien stadtteile und dörfer alter leiter es gibt ja hier so massiv viel ich werde mal hier alles einklappen kurz damit kann ich das hier aufmachen schwarzental wir sind hier und dann gibt es mein heim also ich merke gerade man muss sich scheinbar wirklich alles durchlesen damit man irgendwie das irgendwie versteht glaube ich also ich bin gerade völlig überfordert kameramodus was ist denn das für ein kameramodus ein neues gebäude bauen das kostet 1000 wir haben 10.000 gold ok freigeschaltet das ist das einzige was ich freigeschaltet habe so gesehen glaube ich ja also es könnte interessant sein so sich selber da baut schon glaube ich irgendwas oder das ist ich denke das sieht nicht aus es könnte natürlich auch interessant sein sich wirklich so alleine hochzuarbeiten in einem dorf in einer ja region sage ich mal aber ich bin eigentlich eher der verfechter gar nichts zu haben und dann selber aufzubauen und das so zu bauen wie ich lust habe und dann ne das ist eher so mein ding was ist zeige untätige charaktere ihr habt neue aufgabe erhalten errichtet errichtet gebäudestyps betrieb betriebe der erste schritt zum erfolg ist der bau eines eigenen betriebes und klickt im weltpanel auf den ein neues gebäude bauen button im weltpanel wo ist denn jetzt das weltpanel also wahrscheinlich das hier bei mir oder ja wählt die grob handwerker hütte in der kategorie betriebe aus baut das gebäude indem ihr es auf eine freie stelle direkt an einer straße unter der nähe des marktplatzes positioniert tipp um den bauprozess zu beschleunigen könnt ihr den zeitverlauf in der oberen rechten ecke des bildschirmes beschleunigen weitere informationen könnt ihr über das errichtet gebäude okay das können wir jetzt einfach machen ja halt mal grob handwerker kosten 1250 gold haben wir schon gesehen grob handwerker 1 kann in einem dorf gebaut werden lagerslots 10 110 prozent produktivität 2 gebäudeschutz 60 lagerfläche 2 verkaufslots 60 verkaufsfläche was der unterschied dazwischen ist keine ahnung einmal brandschutz und 10 kundenzufriedenheit in dieser mehr oder weniger schäbigen hütte werden einfache handwerkswagen hergestellt reich kann man damit aber sicher nicht werden ja das ist ja schon fast klar äh äh das wird ja hier schweißgebadet ja das finde ich gut jetzt soll ich das in der nähe von dem marktplatz bauen haben die gerade gesagt da ist eine tischlerei was ist denn hier der marktplatz schlacht 3 aus hütte da ist der marktplatz kräuterhütte platziert euer gebäude an einem ebenen unverbauten fleck land an einer straße innerhalb eines dorfes die haben doch gerade gesagt ich soll das in der nähe von dem marktplatz bauen da ist die andere grobe handwerkerhütte wenn ich die daneben setze das könnte wahrscheinlich stress gehen oder dann ach ne hier kann ich ja auch meine hinsetzen dann setze ich die jetzt mal i guess hier hin ja wir haben gerade auch ein bisschen einfluss generiert ob ich das jetzt richtig gesehen habe wir machen mal normale geschwindigkeit aber mit leertaste sehen wir dann wege und was ist das hier stadtgardist also so gesehen einer der das beschützt und der hat hier so ein umfeld das heißt wenn man scheiße baut und der erwischt einen dabei dann gibt es wahrscheinlich stress oder so jetzt hätte ich gerne mal weitere aufgaben äh das wird einfach gebaut von wen auch immer hoppala ja die störung ist ein bisschen muss ich sagen sehr weird ach ich kann auch ok bisschen sehr mit Q und E kann ich besser schwenken wahrscheinlich gucken wie ich das mache das wird jetzt einfach hochgezogen jetzt muss man wahrscheinlich warten kurz ja und jetzt das ist das nicht einfach also das finde ich ein bisschen doof man muss ja jedes mal zum Beispiel auf Zeitlupe gehen damit man ein bisschen mehr Zeit hat ein neues Gebäude wurde errichtet ja das ist das ok ihr habt eine neue Aufgabe erhalten produziert Eisen um diesen Auftrag abzuschließen müsst ihr Gegenstände herstellen die ihr später verkaufen könnt doppelklickt auf euren neu errichteten Betrieb stellt mindestens einen Arbeiter warum geht denn das weiter hoch äh wählt dafür nicht euren Avatar da wir das Familienoberhaupt später benötigen werden und einen Vorknecht ein und einen Vorknecht ein zieht per Drag & Drop Eisen direkt auf euren Arbeiter oder in eure warte mal das nervt mich gerade was das hier so hoch zieht ah ok ich muss dafür heuert einen das eurer Familien kann ich nicht wir müssen jetzt einen bezahlen Leute den neuen Angestellten das Jahresgehalt hängt von der Erfahrung des Angestellten ab unten Arbeiter ok ihr schmeichelt mir danke sehr Silvia und Arnold kann man die bin schon unterwegs ey bin schon unterwegs bin da nein du sollst nichts machen halt immer diese weiten Wege Lagerwege einhalten wartet auf Arbeit und unsere Liebe ist seitdem noch stärker geworden würdet ihr mit mir den nächsten Schritt zieht per Drag & Drop Eisen direkt auf euren Arbeiter oder in eure Bestellliste und setzt die Anzahl der produzierten Gegenstände auf mindestens 3 um die Anforderungen des Auftrags zu erfüllen wartet und beobachtet wie eure Angestellten für euch arbeiten Tipp die Produktion kann manuell sich wiederholend oder automatisiert erfolgen durch den Kauf von Erweiterungen könnt ihr euren Betrieb noch verbessern weitere Informationen ja gut per Drag & Drop das kann man bestimmt irgendwie anders machen noch hallo plus 1 oder stellt ihr das jetzt die ganze Zeit hinterher oder was ja macht so ich möchte euch mit einer Zeremonie in einer Kirche heiraten Lagerregeln einhalten Höllenschlund Handelsroute der liefert gerade Waren aus ok pausiert ja ich denke mal man kann die jetzt auch einfach äh weitermachen lassen I guess ist es pausiert halt was soll ich für euch bauen du hast es doch gerade eben schon gemacht stetigen 3 ach ne das ist jetzt in ihrem Lager halt nun kannst du ok produziert ihr jetzt dauerhaft oder macht ihr jetzt nur einen jetzt gerade sind 3 weggegangen ich glaube der hat die verkauft denke ich Produktion anhalten die Arbeiter hören auf zu arbeiten äh ich bin ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht Einnahmen 39 haben wir jetzt schon wir haben dafür aber schon 2.100 ausgegeben da werden wir eine Weile brauchen jemand hat einen neuen Berufsgrad erreicht wahrscheinlich sie hier ne ich weiß es nicht keine Ahnung äh äh ein Angestellter ja das wäre schön wenn mir das er hier hat und ne er ist jetzt so gesehen in unserer Dynastie alt alt aber natürlich nicht im Stammbaum kann ich das nicht bitte wir wissen was in diesem Gebäude vorgeht dann sendet einen eure Schergen zum ausspielen ok also Gesinnung Recht schaffen großzügig und diplomatisch oder negativ also in die andere Richtung neutral 5% großzügig 10% äh listig egoistisch und aggressiv also das wollen wir definitiv nie erreichen ganz klar und wir haben noch keinen Ansehen Geisel Beweise ich weiß jetzt nicht wie viele man dann da vielleicht sogar noch auswählen kann aber gut ist ja auch egal es ist interessant also ich wir werden das erstmal denke ich in ein wir testen Video verpacken also es ist ja jetzt auch noch das Tutorial es ist ja auch noch kein richtiges Let's Play oder sowas ich bin mir da noch nicht ganz so sicher also ich finde es jetzt interessant aber man muss sich da ich glaube es wäre vielleicht auch nicht verkehrt wenn ich mich erstmal offscreen richtig dann komplett mit dem ganzen Tutorial beschäftige alleine das würde ich jetzt nicht in einem Let's Play machen sondern dann ein Let's Play machen wenn ich ein bisschen mehr Ahnung habe von allem wo ich bei ich glaube man braucht hier viele Stunden um da richtig durch zu blicken äh ihr könnt durch verschiedene Maßnahmen Einfluss gewinnen Zeit an eurem Ruf in der Öffentlichkeit zu arbeiten Doppelklick auf euren Wohnsitz klickt auf die Schaltfläche Arbeit einstellen auf der rechten Seite wählt euren Avatar und bestätigt die Wahl also da sollen wir uns nehmen zieht die Maßnahme rühmt euch eure Erfolge aus dem Gegenstände und Maßnahmebereich auf der linken Seite in die Bestellliste in der Mitte bestimmt wie oft die Maßnahme durchgeführt werden soll es müssen mindestens 3 Wiederholungen vorgenommen werden um den Anforderungen des Auftrags zu entsprechen wartet bis euer Avatar diese Bestellung ausgeführt hat Tipp einige Maßnahmen die in eurem Wohnsitz verfügbar sind sind entweder nur von Erwachsenen oder nur von Kindern durchführbar das heißt man muss da nicht immer reingehen wenn man Doppelklickt dann kommt man direkt ins Menü von dem Gebäude so gesehen ne so der wollte jetzt von uns dass wir das machen Information Änderung der Gesinnung egoistisch diplomatisch und das verändert dann Rechtschaffen plus das macht egoistisch tatsächlich aber die anderen beiden dreimal ist auf der Bestellliste ich finde das ein bisschen weird gemacht ich persönlich jetzt also aber es ist es ist okay aber halt ich muss ja natürlich Arbeiter einstellen und mich dafür nehmen und dann verfolgen wir mich mal jetzt äh 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 hallo alter Hilfe Hilfe okay wenn man hier so auf den Dings dann glitscht das nur dann rum der ist dabei ist das nur der von mir also ich weiß nicht was er ich hoffe das ist verstärkt Gesundheit und wir haben mit einer anderen Dynastie so gesehen hier jetzt uns gut gemacht oder die haben sich mit uns gut gemacht weil die hat mir ja was geschenkt also aber was macht der da aber was macht der da also das ist auch irgendwie ein bisschen weird wenn ich ganz ehrlich bin steht der da einfach nur dämlich rum und macht gar nichts okay dann machen wir mal ein bisschen schneller vielleicht ganz kurz wir können ja hier nochmal reingehen ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad alter 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 chill mal chill mal chill mal ich sehe noch voll heftig am produzieren aber Eisenerz haben wir ganz viel weil für Eisenerz legal legal okay man muss auch drauf achten was legal und was nicht legal ist das braucht Eisen und Flax das braucht Eisen und einfacher Waffengriff das heißt wir bräuchten hier wahrscheinlich prinzipiell noch jemanden weil die ist ja die kommt ja gar nicht hinterher wir haben ja so viel Eisenerz wahrscheinlich durch ihn er hat gerade auch noch Eisenerz in seinem Inventar ja jetzt nicht mehr wollt ihr einen neuen äh das jahres ja und die Person macht bitte genau das gleiche damit wir da ein bisschen schneller vorankommen würde ich jetzt mal sagen er ist da noch am rum aber jetzt wieder mit hier diese mit dem hier aber das Ansehen hat sich noch nicht verändert Beliebtheit und die bei denen hat sich wahrscheinlich auch noch nichts geändert vom Floh gebissen Hä? Sargmanufaktur knistern im Gebälk Hufe im niedrigen Felde Schweißgebadet Schweißgebadet ok 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 ah wir sind durch ich wünsche man könnte hier einfach wahrscheinlich geht das auch irgendwie aber wo müssen wir das jetzt das ist irgendwie ein komisches ach hier hat man dann Kurzbefehle so gesehen b m f1 y x ok verstehe hoppala ey so bin doch jetzt fertig hier mit der Nummer oder? ne wirklich noch nicht äh ok ich äh bin gerade verhindert und du wirst gerade verhindert halt ja dieses rumgebagge hier das ist ein bisschen nervig ok und der verkündet da oben jetzt irgendwas Stufenaufstieg bei Sch-Familienmitglied Stufenaufstieg kann man das eigentlich auch ne es gibt ja irgendwie ein Kürzeln womit man das steuern kann Kräuter hat am Abend einen Baum ist denn jetzt hier unsere da Alter wie wird das Eisen das geht ja mal gar nicht das bleibt ja mal gar nicht ich will ja hier mal ein bisschen was auf Lager kriegen das brauche ich jetzt noch gar nicht machen wenn jetzt will ich mal ganz kurz gucken wo konnte man Ausgaben 4.664 Gebäudewert und Einnahmen 1.300 Gebäudezustand ok das verschlechtert sich wahrscheinlich auch mit der Zeit hier ist der Zustand der Wände und Balken des Gebäudes wenn das Wert auf Null fällt dann ist das Gebäude zu starten also muss man da achten drauf dass das nicht wahrscheinlich kriegt man auch ne Nachricht oder so dann muss man es wahrscheinlich reparieren ok Wohnsitz bieten und einsehen wenn ihr euren Wohnsitz betretet könnt ihr eure Charakteren bei der Arbeit zusehen oder auf einige der Menüs zugreifen erstens sendet euren Avatar nach Hause nachdem ihr ihn auswählt und dann in der Maßnahmenleiste Maßnahmenleiste auf nach Hause schicken klickt verwendet zurück zur Außenansicht in der Maßnahmenleiste des Gebäudes um in die Auswahl zurückzukehren und ihr könnt Gebäude einsehen verwenden oder in den Inneren zurückkehren äh ok nach Hause schicken ich bin der Meister jetzt machen wir mal ein nach Hause Menü und jetzt kann ich von hier aus was haben sie gesagt was soll ich machen führt zurück zur Außenansicht aus beide verlassen der hier rauf und er zeugt dich zurück zur Außenansicht ne sendet euren dann in der Maßnahmenleiste auf nach Hause verwendet zurück zur Außenansicht in der Maßnahmenleiste des Gebäudes aus wo kann ich denn das machen eure Anweisungen da sind zwei untätige Charakter warum zoomt der jetzt so weit raus hallo bin ich jetzt drauf ach die schlafen lass sie noch schlafen ok vielleicht war das jetzt auch gerade so gewollt dass der so raus gesucht hat ich glaube ja beide einsehen ah ok also dafür muss ich halt wirklich ich bin zuerst nicht ja ok ich muss einfach nur ok 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 produziert soziale Gegenstände in eurem Wohnsitz könnt ihr Gegenstände herstellen die ihr auch die ihr auf dem Markt nicht kaufen könnt die Verwendung eines Waschlappens etwa kann eure Attribute verbessern und einfach und das einfache machen einem Partner den Hof zu machen ok wählt euren Wohnsitz aus oder klickt irgendwo hin wenn ihr in eurem Innenraum wenn ihr euch in eurem Innenraum befindet und öffnet das Gebäudemenü in der Maßnahmenleiste zieht den Waschlappen aus dem Bereich Gegenstände auf der linken Seite in die Bestellliste in der Mitte und wählt die herzustellende Anzahl verfahrt genauso mit den Volumenstrauß die aktuelle Maßnahme eures Avatars wird angehalten wenn ihr ihn manuell mit etwas beauftragt stellt sicher dass euer Avatar seine Arbeit wieder aufnimmt indem ihr den Charakter im Arbeiterbereich sucht und auf die Schaltfläche Arbeit wieder aufnehmen klickt ihr könnt dies auch tun indem ihr den Charakter auswählt und in der Maßnahmenleiste auf Arbeit wieder aufnehmen klickt wartet ab bis euer Avatar die Bestellung abgeschlossen hat entfernt euren Avatar als Arbeiter indem ihr die Maßnahmen entweder im Gebäude oder in der Maßnahmenleiste des Charakters klickt ey jemand hat einen Mörder für Laurens Raubinger gedungen ihr jedoch wart zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnte den Schurken mit einem lauten Mörder zu zu Hilfe vertreiben dafür ist euch die Familie Raubinger sehr dankbar ach und hier sehe ich das kann ich auch weg klicken ok ey jetzt ist es weg da hier sehe ich Angestellte grob haben Schweiß gebadet hat eine neue Stufe erreicht 2 die haben auch Stufe 2 erreicht ein Amt des Umsatzes folgende Amt ist im Stadter Torwächter Stadtdiener Torwächter könnte ich jetzt da das kann ich nicht machen ok also da muss man sich ja jetzt wirklich noch da war ich jetzt noch nicht fertig äh Maßnahme entweder im Gebäude zieht nun Waschlappen und Blumenstrauß vom Lager und das Inventaris Avatars klickt in der Maßnahme auf die wir müssen jetzt erstmal erstmal hier ähm ach ja ich sollte jetzt erstmal also das ist im Lager in unserem Haus ich soll jetzt Blumenstrauß und Waschlappen machen jetzt habe ich verkackt hätte natürlich erstmal warten sollen alt nein du sollst jetzt nicht das produzieren du sollst das jetzt produzieren aber auch nur einmal ne 3 Uhr morgen und alles in Ordnung einmal ja das ist auch sicher sicher äh und jetzt ah jetzt hier rein ne in mein Inventar das ist nicht ich finde das ist ein bisschen sehr weird gemacht also sehr gewöhnungsbedürftig gerade für mich auf jeden Fall ich kann jetzt hier auch einen Atributpunkt aber das ist jetzt auch erstmal unwichtig wahrscheinlich kann man das auch bei den anderen machen irgendwie äh so jetzt nochmal so entfernt zieht nun Waschlappen von Lager in das Inventar also haben wir gemacht klickt in der Maßnahme auf die Kategorie Verbrauchsgüter und wählt die Maßnahme Waschlappen was? die Kategorie Verbrauchsgüter da? jetzt soll ich mich waschen oder was? benutzbar von Familienangehörig großzügig das macht das verändert einfach auch die Gesinnung ok baden macht krank und elend aber warmes Wasser und etwas um den Dreck herunter zu ruhen kann Wunder bewirken wenn ihr jemanden beeindrucken wollt wenn ihr sauber seid wird sich das positiv auf euer Charisma auswirken und wenn euch die Flöhe beißen besteht bei der Verwendung eines Waschlappens zudem die Möglichkeit diese Plage loszuwerden ok ach ich soll zweimal Blumenstrauß machen so der putzt sich jetzt erstmal oh halt das ist noch sehr gewöhnungsbedürftig was ich soll so jetzt nochmal hier einen Blumenstrauß bitte da blick ich jetzt auch noch nicht so ganz durch muss ich ganz ganz ehrlich sein das produziert er jetzt gerade erst ne ne jetzt haben wir zwei ich eile einmal mit Wasser ok wir haben jetzt wir verbrauchen das natürlich gerade auch für die Sachen die wir jetzt hier hier sehe ich logisch wascher äh wascher waschklappen brauchen wir Wasser mit Eimer und das Tuch ok ja gut das macht Sinn äh so führt ein Romance beginn erfolgreich aus oh Gott wählt euren Charakter aus klickt auf die Kategorie Romance wahrscheinlich hier genau klickt auf die Kategorie wählt die Maßnahme ein Romance beginn wählt euer Ziel aus und wartet bis euer Charakter sich dem Ziel genähert hat zusätzlich könnt ihr auf das erscheinende das Dialogsymbol über den Köpfen der Charaktere klicken um eine Dialogoption wählen wartet darauf dass der Dialog beendet wird wenn euer Annehmungsversuch fehlgeschlagen ist versucht die Maßnahme erneut durchzuführen das ist ja doof äh was sagen wir eine Romance beginn ne ja Kompliment Süßholz raspeln Kuss auf die Range eine Liebschaft eingehen verbotener Kuss verbotener Tanz einen Heiratsantrag machen heiraten gemeine unverheiratet gemeine 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 du scheiße Junkfrau Frau was heißt denn Junkfrau dass sie ein Junkie ist oder was da hätte ich jetzt schon gerne ich meine wie alt sind wir jetzt gerade ich sehe es nicht ich kann es nicht sehen wahrscheinlich irgendwie jetzt dann 19, 20 oder so oder heißt das Jungfrau ich glaube das heißt Jungfrau Jungfrau und was heißt gemeine Jungfrau verheiratet ich kann ja einfach mit verheirateten ne ich hätte schon gerne eine unfreie rechte Hand verheiratet das ist einfach glaube ich die Königin oder so unverheiratet Jungfrau unverheiratet gemeine unverheiratet gemeine unverheiratet ich glaube ich habe hier nicht die beste Auswahlmöglichkeit wenn ich ganz ehrlich bin ich würde jetzt vielleicht Natalia nehmen äh ja äh und hier steht auch verstärkt ausgeruht Familienoberhaupt parfümiert da steht sogar noch ne Zahl wie lange hier sie es ausgeruht für 5 Minuten wahrscheinlich oder 5 Stunden ich weiß nicht wie sich das verhält die hat hier ein V oder ein 5 und hier steht noch eine Prozentzahl wahrscheinlich wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist dass das gelingt warum haben die alle grau graue Haar ach ne das sind Tücher oder so ne dummdi dumm was 89% muter 67% 62 äh ja dummdi dumm ja was äh ja lalala äh lalala Torwächterin dummdi dumm Ratsinformanterin lalala warte mal wir hatten doch hier wir hier ich freue mich euch zu sehen aber hier steht es natürlich nicht was sie ist so ich kann ja da gleich mal schwanger frisch verheiratet frisch verheiratet charismatrainieren achso weil ich jetzt doppelklick drauf gemacht habe jetzt verfolge ich die natürlich dann kann ich mich ne kann ich nicht ist was ah und hier kann ich auch noch die Stats und so einsehen ach du scheiße dummdi dumm ist was schau dir mal zu 15 Jahre alt das kann ich nicht machen vor allem die hat so ein übelstes Rittergewand aufmerksam Gesundheit ein bisschen das Erbgut Einfluss Zugewinn das ist halt alles so überfordernd meine Fresse dummdi dumm was ist dummdi dumm dummdi dumm 46 ist die viel zu alt okay aber die könnte länger leben auf jeden Fall also tut es ja jetzt wahrscheinlich schon 46 ist glaube ich schon ziemlich alt also in erster Linie hätte ich da hätte ich da gerne was jüngeres Ich glaube die ist in Ordnung Oh die ist ganz gut ich sehe dass du beschäftigt bist Ja, dann machen wir jetzt noch in dem Video hier die Nummer hier fertig und dann beende ich das Video für hier und dann werden wir, werde ich das erstmal so stehen lassen, werde erstmal selber noch ein bisschen reinspielen, ein bisschen reingucken, mich ein bisschen durchfuchsen. Dann lassen wir das wie gesagt jetzt erstmal als ein Wir-Testen-Video stehen und dann entscheide ich nochmal, mach mir nochmal richtig einen Kopf drüber. Ich glaube, ich hab Bock drauf, oder könnte Bock drauf haben, dieses Spiel zu spielen und ein Let's Play draus zu machen. Aber ich will jetzt noch nichts versprechen, da müssen wir gucken, meine Haare sind auch wieder komplett schau hier. So, jetzt wäre mal schön, wenn du hier langsamer ankommst, Minion. Ich würde auch gerne mal da Eisen ist langsam auch mal gut. Dann würde ich jetzt mal dich hiermit beauftragen wollen. Flachs brauche ich mir auch langsam mal eigentlich, ne? Jetzt kann sie es natürlich nicht mehr herstellen. Kann ich bei dem hier noch was ändern? Jetzt muss ich mal ganz kurz hier... meine Sohlen dampfen schon. Nein. Hose schütten. Bin schon fast da. Ohne Tätigkeit. Wie komme ich denn aber dann an... Muss ich das selber machen? Flachsrand schaffen? Also sie jetzt erst mal wieder das machen. Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Was gibt es? Ja. Ja. Nix gibt's. Ich will sehen, wo du bist, Minion. Halt. Hä? Ist das jetzt schon vorbei? Okay. Erfolgreich ausgef... Ich weiß. Warte mal. Kevin Heiner hat einen Unterhalt. Kevin befindet sich in einem Gespräch, in dem wir Entscheidungsnach... Ja, ich wollte doch. Oh, Mann. Okay, gut. Hätte ich... Ja, gut. Da hätte ich mich darauf konzentrieren müssen. Okay. Naja, wie dem auch sei. Es ist interessant. Ich finde es wirklich interessant. Es ist viel. Es ist sehr viel in meinen Augen. Entschuldigung, ich war jetzt nicht zu laut, weil ich so nah dran war. Es ist wirklich... Interessant bis jetzt. Ich glaube, wenn man sich da reingespielt hat und weiß, wie alles funktioniert, dann... Und halt nicht mehr hier und da nachgucken muss und sowas alles, dann könnte das bocken. Also es kommt natürlich auch darauf an, was alles so passiert und was auf einen zukommt. Was jetzt so ein... Großer Punkt für mich... Also das ist eine große Frage, die ich mir stelle. Wo führt das hin? Also klar, man baut seine Dynastie auf, man kriegt Kinder, man versucht das da alles einfach groß zu machen. Aber kommt man irgendwann auch zu dem Punkt, das weiß ich halt gerade aktuell nicht, da muss ich mich auch nochmal schlau machen, kriegt man irgendwann die Möglichkeit, zu kämpfen. Also nicht nur jetzt eins gegen eins, sondern hier wirklich Kriege zu führen und sowas. Jetzt vielleicht auch nicht in einem Maßstab wie bei einem Bannerlord oder sowas, aber halt, dass man irgendwie kleine Schlachten hat oder sowas. So eine Sache halt. Das würde ich halt fühlen. Und wenn das der Fall wäre, dann ist das definitiv ein Spiel, würde ich jetzt schon sagen, was man auf jeden Fall sich angucken muss. Aber da bin ich halt lange noch nicht. Aber bis jetzt sage ich auf jeden Fall meine Resonanz dazu. Es ist, wie gesagt, viel. Es scheint komplex zu sein, aber es ist cool. Also ich werde es auf jeden Fall mir weiterhin angucken. Leider habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit, um jetzt noch großartig da rein zu zocken. Aber ja, definitiv, wenn ich dann wieder Zeit habe, was jetzt spätestens morgen, übermorgen der Fall sein sollte, geht es da weiter. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Geschweige denn, werden die dann sowieso mehr oder weniger erfahren, ob das was wird. Aber ich glaube schon. Ja, jedenfalls hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Vielleicht, ich denke, das ist ein Spiel, glaube ich, was eher schon mehrendgängig ist. Aber vielleicht gibt es da irgendwen, der das Spiel noch nicht kannte, der jetzt sagt, oh, das sieht interessant aus, da gehe ich mal rein. Hat Geld gekostet, das ist nicht Free-to-Play. Das sieht man dann auch anhand des Videotitels. Aber viel hat es nicht gekostet, bin ich der Meinung. Ja, einfach reingucken. Und wer so eine Spiele mag, der gibt halt ein paar Euronen aus dafür. Das ist ja, genau. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, hoffe euch hat das Video gefallen. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.